Da haben die Politen Schluss gesagt und die Bauern, es ist so weit und haben den Kerenz-Wiefer-Fraum gejagt und die Verlangenheit. Und das war im Oktober, als das so war, in die Retro-Gott im Russland, in die siebzehne Jahr. Da hat der Soldat das Gewehr umgewandt, da wurde er wieder politisch, wo auch sehr schnell vom Krieg abstand die Generalität. Und das war im Oktober, als das so war, in die Retro-Gott im Russland, in die siebzehne Jahr.